Das Heiner Burgfest mit seinem Ambiente, mit seinem hervorragenden Publikum und seiner 1A-Orga ist für mich persönlich das absolute Highlight des Jahres. Die Atmosphäre ist supergut, das Publikum ist supergut. Es ist für mich also wirklich einer der hochqualitativsten Veranstaltungen, die ich da habe. Am Heiner Burgfest gefällt mir ganz besonders, dass ich eine unglaublich gute Beziehung zu den Leuten habe, die es organisieren. Und die mir dann wirklich jedes Jahr die Möglichkeit geben, immer wieder neue Storys zu schreiben, die dort aufzuführen. Toll ist einfach in diese Welt abzutauchen. Und Honigmeh zu trinken, auf Dudelsackbrock völlig auszurasten. Eigentlich ist das unser zweites Zuhause geworden im Laufe der Zeit von Schelmisch. Ganz besonders freue ich mich dieses Jahr auf unsere Schotten. Und im Speziellen auf Shaw Patrol und auch den Charlie natürlich. Es ist ein great honor to be back here in Dreieichenhain. Wir führen auch was ganz Besonderes auf, weil wir haben für Dreieichenhain und unsere Freunde dort, weil mittlerweile haben wir da sehr viele Freunde, haben wir eine Hymne komponiert. Wir haben hier unglaubliche Möglichkeiten, wir haben viel Platz und auch mit den Veranstaltern zusammen immer die Möglichkeit, hier vieles frisches, neues Programm, neue Künstler zu präsentieren. Und natürlich mit euch zu improvisieren. Und dieses Jahr machen wir das erste Mal Mauergeläster an der Mauer vom Haner Burg. Wenn ihr euch traut dort vorbeizulaufen, nehmt euch in Acht. Die Organisation für das Haner Burgfest läuft er voll in Touren. Wir freuen uns auf das Burgfest, den Dreieichenhain. Wie jedes Jahr haben wir beim Haner Burgfest ein Bombenwetter. Insofern würden wir uns sehr freuen, euch da alle zu treffen. Wir freuen uns drauf. Hallo und wir freuen uns auf das Haner Burgfest. Haner Burgfest! Seht und staunet, genießt es. Ein Hochgenuss erwartet euch. Sie haben viele Menschen mit neben den Anfragen. Sie können in den Anfragen. Sie können auch die Blasen durch die Musik gehen. Sie können in den Kampen aus der Grund oder anfragen. Sie können in den Kampen aus der Grundlage sagen. Sie können in die Musik auf. Vielen Dank.